Magazin wie viel Schuss hatten die? 30 Schuss hier ist doch so viel aufeinander jetzt ich schicken noch mal eins so viel Magazin habe ich nicht, ich habe nur noch 4 auf Vollauto du hast auf 3 dreifach Schuss geschossen bei mir schießt du mega langsam so ach so, ja dann hol dir mal ein bisschen mehr Muni komm ich schon mal abholen ja, weil wenn wir in einem größeren Feuergefecht sind dann wirst du die auch brauchen die Polizei ist da die Polizei ist Auto schichtet? nein nicht sofort stehen bleiben sofort stehen bleiben Waffe runter was war denn hier los, wieso sind die Schüsse gefallen? wir mussten was testen wir mussten was testen ja, gucken sie mal das hier vorne ist mein Haus wir wollten gucken wie viel nach rückschlag so eine Waffe hat und wie stark die verzieht wir wollten halt unter die Fenster schießen eine ganze Scheibe ja, okay, ja lassen wir das mal durchgehen aber machen sie mal sowas nicht mehr hier in einem anderen Ort oder sowas gehen sie lieber irgendwo auf Freifeld und oder auf ein Airfield oder sowas das ist hier ein bisschen umfassend okay ja, doch das wollten wir machen weil unsere Nachbarn die sind da schon gewohnt weil die schießen dauernd Leute die da in einem Waffenladen sind und ja, da haben ich und mein Partner mein Lebensgefährter hier hab euch gedacht wir schießen einfach mal auf unser Haus das Haus gehört leider nicht Ihnen wenn ich das so richtig sehe das wird klar mal kontrolliert wie bitte? das Haus gehört leider nicht Ihnen wieso? das muss ein Verwaltungsseeler sein naja gut, also jetzt werde ich euch trotzdem mal kurz festnehmen ja, ich möchte mal kurz schauen ob ihr eine Lizenz habt wegen für der Waffe ja ja dann würde ich euch wieder ein Eid davon lassen bzw. mein Kollege macht das jetzt genau Sie haben ein sehr angenehmes Parfum das mag ich na, danke schön ich meinte nicht Sie ich meinte den Herrn zu meiner Linken auf einmal sind die Polen da auf einmal sind die Polen auf einmal sind die Polen keine Ahnung das Auto flüchtet ich halte ansteig aus die Waffe runter ich lass dich dann mal wieder frei ich werde jetzt gar keine großartigen Bart ok, ja, das ist fertig von links hey, Verstärkung jetzt kommt gleich noch einmal nach wieder das Motto schon hallo tut uns leid so kein Problem dann wünsche ich euch viel Spaß gute Weiterfahrt und machen Sie sowas nicht mehr bitte ok, danke danke einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal